Mit Clara Geiwitz und Olaf Scholz sind inzwischen sieben Duos und vier Einzelbewerber im Rennen um den SPD-Vorsitz angetreten, aber Stand heute erst drei von den Duos haben die sogenannte Mindestunterstützung, also die Zusage von fünf Unterbezirken, einem Bezirks- oder Landesvorstand, um überhaupt in dieses Rennen tatsächlich gehen zu können, um an diesen 23 Regionalkonferenzen teilnehmen zu können. Es ist also keineswegs ausgemacht, dass alle Duos oder alle Einzelbewerber tatsächlich dann an diesen Konferenzen teilnehmen werden. Genauso wenig ist ausgeschlossen, dass noch neue Kandidaten dazukommen. Ich rechne zwar nicht mehr damit, dass es noch viele prominente Bewerberinnen und Bewerber geben wird, schon gar nicht nach dem Verzicht von Lars Klingbeil, dem Generalsekretär, dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Weil oder auch von Franziska Giffey, dass auf dieser Ebene noch viele Kandidatinnen oder Kandidaten kommen werden, aber bei der SPD weiß man bekanntermaßen nie und bis zum ersten September 18 Uhr sind es ja auch noch elf Tage Zeit, um seinen Hut, wie es immer so schön heißt, in den Ring werfen zu können. Es könnten also durchaus noch einige Kandidatinnen und Kandidaten kommen. Wer auch immer dann im Rennen ist, schon jetzt ist das Spektrum relativ breit und reicht von klaren linken Positionen innerhalb der SPD bisher eher zu Konservativen und damit auch zwischen dem sofortigen Ausstieg aus der Großen Koalition bis zum Verbleib in dieser Koalition, um noch möglichst viel umzusetzen vom Koalitionsvertrag. Vom 4.9. bis zum 12.10. wird dann die fünfwöchige Tour durch Deutschland gehen. 23 Städte, 23 Regionalkonferenzen. Alleine ab dem 14. September wird an fünf Tagen hintereinander sich präsentiert zwischen Baden-Württemberg und Hamburg. Eine lange Zeit, viel Einsatz wird da gefordert sein von den Kandidatinnen und Kandidaten und nebenbei muss ja auch noch ein wenig Politik gemacht werden, denn die SPD insbesondere möchte ja noch einiges durchsetzen, beispielsweise beim Klimaschutzgesetz oder bei der Grundrente. Da kommt also einiges auf die Kandidatinnen und Kandidaten zu und wirklich wissen wir erst, wie es ausgegangen ist, am 26. Oktober.